Die Sendung wurde live untertitelt. Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur grad dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest ne Scheiß-Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Reals Kinn über und machst einen auf Gang-Anführer. Wozu? Ach, Scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzern-Baby und seine Straßen-Romantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht? Er ist grad in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekter. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? Dreieinhalb Stunden. Äh, also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ähm, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow. Bist du immer so ein Optimist? Hey. Jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir. Ab hier wird's ein Kinderspiel. Ah, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Sarasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration. Der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobu's Signal ist weg. Er ist unter die Magier gegangen. Er wird in einem Punktloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren Scheißjob. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Dafür ist keine Zeit. Dorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Nicht toll, aber wir können sein. Bingo! Da kommt was raus. Komm her, Bingo! Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Chefs auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig! Super! Überlass den mir, okay? Relic intakt. Biochip-Integrität. 100 Prozent. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versuch's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein! Rein da, jetzt! Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, Tee. Ich glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich fasse es nicht. Ist das Adam's Mäscher? Fertigart. Schlimmer. Night City-Legende. Heiskalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Fuck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine scheiß Legende. Schst. Das Ding ist nicht schalldicht. Oh, fuck. Schst. 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 Arasaka-sama. Ah,まだ Body-Check noch nicht fertig ist. Das ist mein Vater. Ich verstehe. Willst du dich, Reyno? Ich mache das. Geh mal. Puh, knapp. So knapp? Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajate. Ich glaube nicht... Saburo Herr Sacka... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Sie. Ich finde ich sonstig. Es ist nicht so, dass ich mich in den Kopf schuhe. Das Problem ist, dass du das Problem ist. Ich glaube, der Welt ist, dass du dich im Hintergrund bist. Du wirst wirst. Wie ist das? Du hast mich für dich, dass ich mich für mich, und ich mich für dich. Du hast gesagt, dass ich mich nicht sagen kann. Du kannst du nicht sagen. Du kannst du nicht sagen. Ich weiß, was ich? Ich weiß, was ich? Ich weiß, was ich für die Welt des Geist, oder? Ich weiß, was ich für die Zukunft? Ich weiß, was ich für die Zukunft? Ich weiß, was ich? Das ist ein Verrücktes! Du hast nur mein Leben, und das ist mein Unternehmen! Das war's für heute. Was die Mutter der Frau nicht verletzt hat? Ich habe mich nicht verletzt, und habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Was ist das? Das muss ich nicht verletzen! Scheiße. Wir sind so gut wie tot. Ich will, ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung, im Code Peggy Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Was ist der Anlass? Wer? Wer hat mir den Schmuck gemacht? Ich? Ja, was ist der Anlass? Takemura, was ist dein Job? Was ist der Anlass? Körgeln! Das ist ein einfaches Frage. Frage! Anlass? 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 Wir wollen hierher was mit einer weiteren Reaktion. Anlass? 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 Scheiße, was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Buck, du musst uns hier rausholen, sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Buck. Okay, hab was. Fenster, los. Öffnen das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck. Nein, 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 nicht jetzt. Die haben wir nicht. Buck. Dios santo bendito. Sie ist weg. Buck. Scheiße, Oberliga. Jetzt glücklich, Jackie. Die Kurve. Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße, ist das Trauma. Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Aber die haben uns nicht gesehen. Sie geht in die Blutbrüche. Ich hab's abzuhauen. Das war knapp. Die Blutbrüche. Der Relic. Madriss. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochipintegrität bei 94%. Und sinkt weiter, Karacho. Barker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Komm, Packy ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryo-Koffer ist beschädigt. Biochipintegrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wie? Wieso da? Was zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Was zum Teufel redest du? Ah, naja. Ich bin der Müssest Du. Einmal vom Fr. Im Namen des Vater, des Hüchels, des Christes, des Espiritu Santo. Amin. Jacky, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del! Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Achtung, im Konpecki Plaza wurde ein Code... Lass uns nicht an die Ebene. Sauber. Wir standen mal an der Ries. Halt den Kopf unten. Wir gehen da runter. Schreien Sie leise aus. Das ganze Gebäude. Das ganze Gebäude. folgend best coule? Senastabes zu raus. Ich kann mir raus... In van dienauhe. Ich mach dich halt nicht resignieren. Sie sei das algo. Ja, Reina, du. Die Thronen haben auf der Penthouse-Ebene das Feuer auf Bedrohungen eröffnet. Warte. Yorinobu Arasaka wurde aus dem Gebäude gebracht. Wiederhole, Yorinobu Arasaka wurde im... Was zum Zweifel geht hervor? Was haben wir denn hier? Schalldämpfer, sehr praktisch. Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Bleib mir wien. Der Feind schläft nicht. Ich probier's noch heute. Lort! Arsche! Blut! Brut! Hör auf deine Instinkte! Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Geh lang! Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles sauber. Nicht ein seltsames, ungewöhnliches? Na ja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Achtung! Die sehen uns sonst! Sieh, die können dich sehen! Achtung! Shit! Sie haben uns gesehen! Sieh, 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 sieh! Soldatabuut! Soldatabuut! Scheiße, ja! Hüten oder getötet werden! Tinkagamate! Tinkagamate! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Im Kon-Peki-Plasa wurde ein Counter-Ride ausgelöst. Bitte verbleiben Sie Ihren Zemanen und befolgen Sie die Anweisungen zur Stabilität. Folgenkontakt! Ich schieße dich in Stücke! Los, los, los! Feuer! Wer ist mit der Deckung? Ich habe nach! Ich schieße dich! Geh! Reiß dich zusammen! Was ist denn du? Geh auf, es gibt keinen Kommen! Achtung, im Konfetti Plaza wurde ein Cone Dread aufgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und verfolgen Sie die Anweisungen des Personals. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich kann mich nicht lastig.